Seismische Aktivität konzentriert sich auf Verwerfungslinien in der Erdkruste, dort wo verschiedene Erdplatten aufeinander treffen. Die Platten sind ständig in Bewegung und schieben sich gegen, unter oder übereinander. Dabei entsteht Spannung, die sich manchmal über Jahre aufbaut. Die Spannung entlädt sich in Erdbeben. Nach dem ersten Erdstoß kann es zu heftigen Nachbeben kommen, wenn benachbarte Platten nachrücken. Die seismischen Aktivitäten bleiben oft unbemerkt, manchmal gibt es starke Erschütterungen. Besonders häufig bebt die Erde in Asien, in der Türkei und in Afghanistan, in Nordafrika und in Amerika. Der Wert auf der Erdbebenskala zeigt die Stärke des Bebens an. Mit ihr können Beben besser eingeordnet werden als mit der Richterskala. Das stärkste je gemessene Beben 1960 in Chile hatte einen Wert von 9,5. Die europäische makroseismische Skala zeigt die Intensität an und damit den Grad an Zerstörung. Es gibt zwölf Stufen. Bei starken Beben dient der Wert als Warnung vor anderen Naturkatastrophen, die auf Erdbeben folgen können, wie Erdrutsche, Lawinen oder Tsunamis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017